Nach einer Klage der Arbeiterkammer wegen der Preiserhöhungen durch den Streamingdienst Netflix in den Jahren 2019 und 2020 gibt es nun eine Einigung. Alle betroffenen Kunden erhalten im Rahmen eines Vergleichs per E-Mail ein Angebot zu einer pauschalen Rückerstattung im Wert von 20 oder 30 Euro, je nachdem, ob die Person von einer oder beiden Preiserhöhungen betroffen war. Die Arbeiterkammer Oberösterreich hatte die Bundesarbeitskammer eingeschalten, diese klagte Netflix. Der Streaminganbieter war an einer gütlichen Einigung interessiert und schlug die Lösung mit den Pauschalbeträgen vor. Dem stimmte die Arbeiterkammer zu, sodass weitere langwierige Verfahren vor Gericht vermieden werden konnten. Alle, die dieses Angebot zur einvernehmlichen Bereinigung annehmen, profitieren von einer raschen Rückerstattung ohne bürokratischen Aufwand oder jahrelanges Warten, so die Arbeiterkammer. Sie müssten nur das Rückerstattungsangebot von Netflix in ihrem E-Mail-Postfach annehmen. Für Fragen steht die Hotline der Arbeiterkammer Oberösterreich unter der Telefonnummer 0800 800 008 zur Verfügung. GESUFE 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 Vielen Dank.